und zurück zu resident evil 7 so wir sind in dem bootshaus angekommen und ich würde sagen wir gehen jetzt die treppen hoch wer wird hier alles eingesammelt ich habe noch ein bisschen optimiert also munition aufgefüllt und so weiter und ich würde sagen wir gehen jetzt mal die treppen hoch und schauen was uns da erwartet ich habe ein ganz schlechtes gefühl weil wir eben sehr viel munition bekommen haben okay dann würde ich sagen werfen wir mal einen blick hinter die tür okay seine frau ich hoffe mal die mutiert mich gleich wieder so wie jetzt keine zeit hast du beide material ja das sollte genug sein dann machen wir hin los so rucksack oder was wenn wir das serum hergestellt haben was dann gibt es anscheinend nichts mehr der rucksack wäre das wirklich geil könnten wir noch ein bisschen mehr nehmen das serum nehmen ich will den rucksack nehmen ok ich nehme das serum hey eins davon ist meins what the fuck ich will was ich heute die die mit das oder die 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 Okay, ich glaube, ich muss auf die Augen drauf. Schau mal, dass ich hier Munition spannen kann. Deine Frau, die ist schon Aschermensch. Mit dem Messer geht es anscheinend ganz gut. Bis jetzt noch. Jetzt muss ich mir wieder von der Energie ausschauen. Okay. Komm, der trifft mich jetzt hier nicht. Okay, ich glaube, wir werden mal ein Heilmittel nehmen. Komm, scheiß Animation hier. Okay. 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 Schreibe, Schreibe! Das Leben in der Kommen! War... Alter! Ah! No! 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 Okay, bleib mal hier. Du wirst an deinem Eitel untersticken wie ich. Wenn ich fertig bin, tue das nächste mit mir! Du bist so klein wie ein Spielzeug! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, hat er denn irgendwer gedacht? Oh, Gott! Ich krieg dich, ich krieg dich! Ich krieg dich! Wir haben noch drei Schüsse entschuldigt. Ah, scheiße. Ich glaube das ist mein letztes Heilmittel gewesen. Ich glaube das ist mein letztes Heilmittel. Ich muss immer schauen wenn ein blödes Auge ist. Ich schwanz hier vorbei auf jeden Fall mal. Das Auge muss hier irgendwo sein, da ist es. Ich schwanz hier. 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 Hätte doch jetzt keine Schwachstelle mehr oder? ich sehe zumindest nix ja scheiße keine heilmittel nix mehr ich habe kein plan was ich machen muss schnell Was ist das? Ja, aber Messer mal drauf. Ich weiß eben nicht. Das Auge sehe ich jetzt keins mehr. Ah, da bin ich auch nicht gesehen, okay. Oh, nee, oder? Irgendwo hier muss ich das Auge sein. Ah, shit. Okay. Gleich nochmal. Und du, das ist meine Tochter-Sexperienz. Ich versuchte dich gegen mich. Ich war über einige Fleischer, Blut. Das ist der Flanker, Jack. Ich probiere mal, weil ich so viel mögliche mit dem Messer machen. Ich bin der Flanker. Ich bin der Flanker. Ich bin der Flanker. Ich bin der Flanker. Пwegen ich noch nicht. Dann ist gleich mal die Munition hier. Und jetzt bin ich bei ihr. Oh, oh, oh. Was macht der denn da? Ok, Munition Ah, shit. Du hörst das allein, der Blut erstinkte, die ich. Mit der Sertig bin ich, tue das nicht jetzt mit mir. Ah, ich steh. Ah, fuck. Er verschweigt. Wollen wir dann Heilung nehmen? Ey. Ah, okay. Ey, ey, ey. Okay. Nochmal. Der ist nervig, der Gegner. Erster Versuch war es eigentlich besser wie jetzt. Joby, bleib deinen Arsch zurück ins Haus! Auf dich, überreg dich später! Okay, wer runter da? Ja. Fix. Ich hab dich auf den Liften. Ich hab dich abgesperrt. Ich hab dich überregend. Und. Ich hab dich abgesperrt. Das am herzlichen Dank. Ja, ich hab mich drauf. Ich hab dich auf dem Weg. Der hat vor ihnen so gut gemacht. Und ich hier habe das nächste Malte, du hast dich vor mir hier. Oh never. Ich hab dich ver inspettiert. Ich hab dich verstanden. Ich hab dich für dich, du hast mich nicht verstanden. Jetzt kriegst du einen auf den Sack, du Penner. Nein, das ist ein Scheiß, wirklich. War doch vorher nicht. Ich hab ja vorher so irgendwo ein Heilungsding gefunden. Das ist ein Scheiß, das ist ein Scheiß. dass der mich jedes mal hier trifft könnt ihr ausflippen das ist Ich will auf die andere Seite rüber. Ich will auf die 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 Seite rüber. Wo ist das letzte scheiß Arme? Ich muss irgendwie da rüber. Ich komme mit dem scheiß Schwanz nicht vorbei. Das geht mir richtig auf die Eier. Ich will auf die Seite rüber. Halt! Ich will auf die Seite rüber. Ich will auf die Seite rüber. Ich will auf die Seite rüber. Oh, da wurde noch etwas geblieben. Eine Frau. Ah, shit. UNTERTITELUNG 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 An dem Arm müsste man noch was haben oder? UNTERTITELUNG UHHHHH EHHHHH UNTERTITELUNG 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 Ja, jetzt wird gut hört es mal, komm. Ja, jetzt geht's mal. Oh, fuck. Boah, ist jetzt down oder was? Jetzt hab ich alles gesehen. Alter. Ethan, hier lang. Oh. Der ist da. Du kannst das Serum an ihm. Du, du willst, dass ich ihn heile? Fuck. Fuck. Geht's nicht gut? Ja. Komm schon, mehr wartet auf uns. Okay, Leute, wir haben nix mehr zum Heilen. Shit. Haben hier aber noch acht Schuss drin. Ich würde mal sagen... Ich schiebe ihn das mal hier rüber. Oh, wir sind fast tot. Okay, das hilft aber nicht. Ich hoffe mal, dass hier irgendwo Heilmittel gibt. Boah. Okay, Leute, wie es denn aber weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.